Hallo meine Technik-Professor und Technik-Freunde, hier ist euer Justrom und ja, hier ist das Update zu meinem 250€ Gaming-Computer, also der 300€ Gaming-Computer und wir fangen jetzt gleich wieder bei dem Gehäuse an, das ist wieder das Billigste, was ich gefunden habe, weil man kann in einem Gehäuse ziemlich viel sparen, genauso wie am Mainboard und wenn einem scheißegal ist, wie der PC aussieht, dann ja, wenn euch das halt nicht gefällt, dann ja, Pech. Wir haben hier genau das gleiche USB 3.0 Problem, dass das Mainboard das nicht unterstützt, hier sind keine Kühler vorhanden, Mikrofon- und Kopfhöreranschluss und und und, ich bin jetzt so schnell, weil ich diese Aufnahme jetzt schon zum 16. Mal, zum 15. Mal mache und ich einfach keine Lust mehr habe. Nein, Quatsch, ich habe immer Lust. Es ist ein Mini-X-Format, zumindest ein MATX, also diese zwei Formate sind da drin, ja, kompatibel. Es sind schwarze Gehäuses und ein Netzteil, ein Minitower und ja, dann gehen wir gleich zur Grafikkarte und die hat schon richtig Power. Das sind zwei, also das ist eine NVIDIA GeForce GTX 750, ja, ich weiß, ich kenne 57 Ti, die gibt zwar einen richtigen Boosted Ti, allerdings lohnt es sich nicht, weil es lohnt sich schon nur, es passt einfach ins Preislimit nicht rein. Das sind 200, äh, 2048 MB GDDR5, was schon richtig brutal ist, also, dass es halt schon 2 GB sind für so wenig Geld, ähm, das ist eine, äh, von einem, eine von, äh, Palit, hat, ähm, ein VGA-Anschluss, ein HDMI-Anschluss und ein DVI-Anschluss, wenn ich mich nicht, äh, täusche. Ja, genau, HDMI-DV-I-VGA und, ja, schick sieht es ja aus, ne, also kann man ja nichts sagen. Die hat halt, wie gesagt, ja, schon diese 2 GB und, ähm, 2 GB RAM GDDR5 reicht vollkommen. Ich habe jetzt in meinem PC 4, also in meiner Grafikkarte 4 GB GDDR5 und 2 würden auch vollkommen ausreichen und, ja. Die kommt mit einem Takt von 1087 MHz an und, ähm, der Turbo-Takt, also der Boost-Takt, bezieht sich auf 1239 MHz. Hier gilt, wenn man, ähm, wieder übertaktet, Garantie weg, ne, nur mal so. Ähm, was kann man noch zu ihr sagen? Ja, das sind die ganzen Besonderheiten, Dual-Slot, 55 Watt, maximaler Stromverbrauch, kann auch höher gehen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Hier steht nochmal DVI-HDMI-VGA, äh, GPU-Modell, ja. So, dann kommen wir zum Prozessor, das war der Grund, warum ich schon so oft jetzt eine neue Aufnahme machen musste, weil einmal hat der Sockel nicht gestimmt, dann war die nicht verfügbar, der Prozessor, und dann hat auch der scheiß Kühler gefehlt. Hier ist jetzt leider kein, äh, Ding dabei, äh, kein Bild dabei, aber gut. Es ist ein AMD-Prozessor, ein AMD FX, ähm, der FX, ähm, 4320 mit nur 4 Kernen. Ja, ich weiß, ja, ist gut. 4 Kerne ist aber, aber es sind auch 4 echte Kerne. Also nicht so wie bei Intel, dass es manchmal nur 2 echte Kerne sind und 4, also, und 2 Threads, beziehungsweise 4 echte und 4 Threads oder 4 echte und 2 Threads und was die alles haben. Ähm, 4 GHz ist auf jeden Fall schon mal wow, ne, also ist auch auf dem aktuellsten Sockel. Ähm, ja, der nächste Sockel mit der neuen Zen-Produktion, dazu kommt aber auch nochmal ein Video, ist ja dann so.am4+. Und, ja, er kommt in der Boxed-Version an, das heißt, da ist ein Kühler dabei. Solange der Kühler draufgeschraubt ist, ähm, den ihr habt und ihr nicht mit dem übertaktet, habt ihr eine Garantie drauf. Sobald ihr aber einen anderen Kühler übertaktet, das Problem hatte ich jetzt mal, ähm, und der Prozessor kratzt euch ab, weil, ähm, er zu heiß wird oder so, dann übernehmen die keine Garantie. Also, da müsst ihr echt aufpassen. Ähm, er hat ein Prozessor, Turbo-Takt von 4,2 GHz, aber auch hier gilt Übertakten-Garantie weg, ne. Ähm, wie gesagt, kommt in der Boxed-Version an und hat auch schon richtig Power. Der hat einen Freund von mir, den hab ich ihm verbaut und, ähm, mit der Grafikkarte kann er auch super spielen. Also, Battlefield auf hoch, beziehungsweise Ultra läuft flüssig, nur, ähm, yo, Ultra maximal, ich glaub, 25 bis 40 FPS. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, allerdings ist schon gut, also, wenn man auf hoch spielt, krass, ne. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt, glaubt, zum Nameboard, genau. Ähm, das ist natürlich das Billigste, was ich jetzt gefunden hab, der auch, äh, auf dem So.am3-Sockel basiert und ein Null-Channel-Modus, ne, der 3 1600 da unterstützt. Also, das Billigste. Und, ähm, ja, zu dem kann man nicht so viel sagen, äh, kann man sich mal hier Bilder angucken. Ähm, es ist ein, ja, 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 ein recht großgemäß, wenn man mal hier reinguckt, wieder passt das auch, ja, förmlich rein. 4 Slots hier, wenn man guckt, ähm, das hier sind ja schon 4 und hier unten ist trotzdem, ist noch was. Passt trotzdem, das hatte ich nämlich auch mal. Ich weiß nicht, wie das bei diesem Nameboard irgendwie ist, ob das, äh, irgendwie an dem, an dem Gehäuse liegt oder so, aber, weil das ist ja theoretisch dann 5 Slots groß, aber, ähm, ich hab keine Ahnung, es passt irgendwie trotzdem und ich bin froh, dass es passt und der Rest ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, ob da unten hier diese, diese kleinen Stückchen, das, es passt auf jeden Fall, nur mal so am Rande, weil das ist ja, ja, es ist ja kein Nix, schon kein neues Lutz, sondern nur ein paar Zentimeter, ein Zentimeter maximal. Ähm, man kann hier aufrüsten, ähm, hier kann man zwei Karten, äh, ähm, RAM-Bänke reinmachen und, äh, ja, zu den RAM-Bänken kommen wir aber gleich. Ähm, der ist auch, also der passt super mit dem, äh, Prozessor hier, ähm, hat hier die DDR, äh, jetzt, jetzt komm ich aber aus dem Konzept, ähm, das sind die Megahertz-Zahlen, äh, die er unterstützt für, ähm, den RAM. Man kann 8 GB RAM pro Slot benutzen, dazu kommen wir aber leider nicht in diesen Setup, also insgesamt 16 GB RAM können auf diesem Mainboard laufen. Ähm, genau, also 2 x 8 GB. Wenn wir jetzt zum RAM kommen, das ist nur eins, das heißt, man kann upgraden, das ist ein 4 GB Crucial, ähm, eine 4 GB Crucial, äh, RAM-Bank, RAM-Bank, ach egal, und, ähm, hat einen Takt von 1600, also schon einen Haufen, und 4 GB. Wie gesagt, man kann auch upgraden, zum Zocken reicht es auf jeden Fall, solange man jetzt keinen Skype im Hintergrund, also ein Teamspeak läuft, geht noch, aber sobald man Skype im Hintergrund hat, yo, dann, ähm, könnte es ruggelisch werden. Und, äh, sorry, ich bin jetzt gerade ans Mikrofon gekommen. So, Entschuldigung, ist umgefallen. Und, ähm, ja, das war's eigentlich. So, das Netzteil ist genau das gleiche wie beim letzten Mal. Ähm, dazu hat sich ja überhaupt keiner mehr geäußert, wegen diesem 80 Plus Bronze. Und, ähm, ja, wie gesagt, dieses Ding habe ich auch in meinem kleinen PC drin, und, ja, da kann man auch Grafikkartenerweiterung machen und alles, also überhaupt gar kein Problem. 300, äh, 430 Watt reicht vollkommen, und zum Netzteil braucht man nicht viel sagen. So, die Festplatte ist genau dieselbe wie im ersten Video, glaube ich, oder sogar auch im zweiten Video. Wieder 3 GB die Sekunde, also das müssten, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, wie vom Trinken, das steht hier aber auch, glaube ich nicht. Nee, das steht hier auch nicht, ähm, ja, genau, äh, das reicht auf jeden Fall für ein paar Spiele, für das Betriebssystem. Betriebssystem ist natürlich bei diesem Setup nicht dabei, ähm, wer das aber in Zukunft sehen möchte, der schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, dann müssten wir nämlich ein bisschen das mit einplanen, ähm, ja, und im Endpreis sind wir dann etwa bei, ja, 303 Euro. Man kann noch etwa 7,99 Euro Versandkosten dazurechnen, also sind wir bei etwa 11 Euro irgendwas. Aber, ähm, ja, 11,16 Euro, glaube ich. Aber ich glaube, da kann man ein bisschen drüber schauen, wegen diesen 11,16 Euro. Und, ähm, wenn, dann geht man mal zur Oma rüber und sagt, hey, kannst du mir mal ein bisschen Geld leihen oder so, dann passt das schon. Ähm, weil diesen 11,16 Euro macht sich da jetzt keiner verrückt. Aber das ist schon ein Setup, bei dem wirklich eigentlich alles noch spielbar sein sollte. Und, ähm, mit diesen Worten verabschiede ich mich auch. Das Video ging jetzt keine 10 Minuten. Ähm, ich freue mich über ein Abo, schön kommentieren. Falls ich einen Fehler gemacht habe, weist mich auf meine Fehler, äh, auf. Ich werde alles gerade bügeln im nächsten Video dann. Und, da dachte sich mein Aufnahmeprogramm dann auf einmal mein Mikrofon einfach auszustellen. Also, Entschuldigung, dass es jetzt hier so eine komische Ansage kommt. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, ähm, jo, bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen zweiten Kanal unten in der Videobeschreibung. Der erste oder zweite Link. Und, ähm, ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ähm, abonnieren, kommentieren, masturbieren und, äh, jo. Und, ähm, ja, da gibt es nicht mehr.